Selbstständigkeit in 60 Sekunden, heute mit? Meret. Meret, was machst du? Ich habe in Bamberg-Süd einen Concept Store, der hieß ursprünglich Klabauter Mädchen und seit ein paar Tagen heißt der Molly Roger. Was machst du denn mit dem Concept Store? Ich habe den gegründet, weil ich fand, dass bei uns in Bamberg-Süd nicht genug los war und ich schon seit meinem Studium davon geträumt habe, meinen eigenen Laden zu haben. Und wie bist du dazu gekommen? Tatsächlich war ich genervt von meinem alten Job, wollte nicht mehr festangestellt sein, bin an dem Laden vorbeigegangen, habe gesagt, oh ist der toll, den will ich haben. Nein, echt? Und dann? Und dann habe ich den, also tatsächlich über Google Maps habe ich dann herausgefunden, wer der Besitzer ist von dem Laden. Der stand nämlich ganz lange leert, über zwei Jahre und dann habe ich den angeschriebenen Vormieter und der hat mir dann den Kontakt vom Hausbesitzer gegeben und dann ist das zustande gekommen. Und wie bist dann auch die Idee eines Concept Stores gekommen? Ich wollte sowieso die ganze Zeit mich nicht auf eine Sache festlegen, weil dafür bin ich selber viel zu vielfältig und habe gesagt, ich möchte gerne ganz viel für Kinder machen bei mir im Laden, aber eben nicht nur für Kinder, sondern halt auch handgemachte Sachen. Ich arbeite ganz viel mit lokalen Leuten zusammen, die bei mir im Laden Sachen verkaufen. Ich selber produziere auch Sachen und so ist es immer bunter geworden. Ach cool. Und wie hast du dann den Sprung gemacht von dem Festangestelltsein einfach ins kalte Wasser und einen Concept Store zu nieten? Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren ganz oft den Job gewechselt, weil ich nie wirklich glücklich gewesen bin. Lustigerweise waren das ja immer sehr unterschiedliche Jobs. Also ich bin ursprünglich A-Direktorin, habe das hier in Hamburg auch lange in Werbeagenturen gemacht, habe dann in den Bereich Social Media gewechselt, habe dann im Recruiting gearbeitet und die letzten dreieinhalb Jahre habe ich für eine Kindermarke aus Neuseeland gearbeitet und Vertrieb gemacht. Also was ganz anderes. Aber alle diese Sachen haben mich letztendlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und helfen mir halt dabei, den Job jetzt auch gut zu machen. Und wie hat sich das für dich angefühlt, zu sagen, okay, ich mache das jetzt gleich von 0 auf 100? Es war ein totales Abenteuer. Also ich war mega, mega aufgeregt. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe, auch gerade in den Zeiten, wo ein Kinderladen nach dem nächsten zu macht, zu sagen, ich mache das jetzt, ich wage den Sprung. Aber es hat sich einfach so richtig angefühlt und ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich es irgendwann bereuen. Okay. Und hattest du irgendwann einen Moment, wo du richtig Schiss hattest? Ist das wirklich eine gute Idee? Ja, natürlich zwischendurch immer mal. Gerade als es, ich habe den Laden gerade aufgemacht, da kam der Ukraine-Krieg, dann kamen die steigenden Nebenkosten, das Kaufverhalten ist immer weiter zurückgegangen. Aber ich habe halt gemerkt, so mit Social Media schaffe ich das halt immer mehr, Leute zu erreichen. Ich habe den Online-Shop, mein Online-Shop, der kommt jetzt demnächst, aber ich habe jetzt schon Kunden in ganz Deutschland, die über Social Media mich gefunden haben und schon bei mir bestellen. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie bist du dann an die ersten Kunden und Kundinnen dann gekommen? Das habe ich alles über Social Media gemacht. Also ich habe das ja selber beruflich ganz lange gemacht und ich habe halt auch keine Angst vor die Kamera zu gehen und mich selber zu filmen, meine Produkte zu filmen, darüber zu reden. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied, weil ganz viele Menschen schon sehr emotional mir gegenüber sind und auch über Instagram mit mir schreiben und reagieren und sowas. Und wenn ich Social Media nicht hätte, Instagram im Speziellen, dann würde das nicht so gut funktionieren. Okay, und das heißt, Instagram ist wirklich dein absoluter Hauptkanal, wie Leute kaufen. Und kommen die dann zu dir im Laden, weil sie dich auf Instagram kennen oder bestellen sie dann auch einfach so, trotz noch keinem Online-Shop? Es ist ganz unterschiedlich. Als Beispiel, ich habe vor zwei Wochen Kerzen aus England bekommen, da habe ich ein Video drüber gemacht, ein Reel, habe ein bisschen Budget dahinter gepackt und mache das aber lokal. Und dann ist mir die Bude eingerannt worden. Es sind ganz viele Menschen, die vorher noch nie bei mir im Laden gewesen sind, in den Laden reingekommen haben und gesagt haben, ich habe die Kerzen bei Instagram gesehen. Oder dass Leute reinkommen und sagen, ich bin ein Instagram-Opfer. Also das hat tatsächlich immer eine Frau zu mir gesagt. Und richtig toll ist es natürlich, wenn sie dann auch die Produkte halt selber posten. Und da hat eine dann ein Video gemacht mit den Ohrringen, die ich jetzt auch selber trage und hat gesagt, ich habe mir überlegt, ob ich Blumen kaufen soll und habe dann gedacht, nee, ich kaufe mir lieber bunte Ohrringe bei dir. Hat das dann gepostet und dann kam die nächste Kundin und hat gesagt, ich habe das auf Instagram gesehen und ich will jetzt auch Ohrringe haben. Mega cool, aber das heißt wirklich, Instagram funktioniert dich auch lokal? Ja, total. Wahnsinn. Und gab es denn in anderthalb Jahren schwierige Momente für dich? Na, ganz, ganz doll war das halt vor etwa einem halben Jahr, als ich angeschrieben worden bin von einem Kinderladen aus einer anderen Stadt, die halt gesagt haben, du darfst leider nicht Klabauter-Mädchen heißen. Das war für mich unglaublich emotional. Ich kann da jetzt auch ganz locker drüber reden, weil der neue Name halt sehr wichtig für mich ist. Aber das war damals schon richtig schlimm, als ich dann festgestellt habe, die haben vollkommen recht. Die haben sich das Wort Klabauter schützen lassen für den Bereich Kinder und ich darf nicht Klabauter-Mädchen heißen. Okay, das heißt also, dann musstest du den Namenswechsel fliegen? Ja, genau, genau. Okay, und war das ein Problem für deine Kundinnen und Kunden? Überhaupt nicht. Also ich bin tatsächlich gerade angesprochen worden vor ein paar Tagen, die gesagt haben, für uns bleibst du das Klabauter-Mädchen. Und die Kinder nennen mich halt auch das Klabauter-Mädchen tatsächlich. Aber auf der anderen Seite, für mich selber ist es kein Problem gewesen, aber ich habe Kunden gehabt, die haben gesagt, die haben gedacht, du hast nur Sachen für Mädchen. Weil der Laden Klabauter-Mädchen heißt. Und ich hoffe, dass jetzt durch diese Namensänderung halt klar ist, weil ich hatte auch gesagt, als ich einen neuen Namen gesucht habe, ich möchte explizit das Thema Eltern, Kinder, Mädchen, Junge, Hafen, Ahoi, also was schon so total klischeebehaftet ist, raushaben, es soll ein generischer Name sein. Und dadurch, dass meine Tochter Molly heißt und das von Jolly Roger, der Totenkopf-Flagge vom Piratenschiff kommt, ist Molly Roger halt für mich ein richtiger neuer Herzensname. Sehr cool. Nochmal ein anderes Thema. Du hast ja am Anfang erzählt, dass du lange angestellt warst und das dich aber irgendwie so richtig angefühlt hat, selbstständig zu sein. Jetzt bist du es seit anderthalb Jahren. Wie ist es jetzt? Hart. Gar keine Frage. Also ich habe mir das nicht so hart vorgestellt. Aber, und ich muss auch, also man sagt, ein Laden braucht so drei bis fünf Jahre, bis er wirklich wirtschaftlich arbeitet. Ich habe mir jetzt selber noch ein Jahr ungefähr gegeben, um zu sagen, wenn bis dahin das nicht so ist, dass ich davon einigermaßen leben kann, weil so ist es momentan halt nicht. Und das hatte ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt, aber ich habe total den guten familiären Background. Ich hatte auch das Glück, dass ich einen Gründungszuschuss bekommen habe, der mich eine Zeit lang über Wasser gehalten hat. Und jetzt soll der Onlineshop natürlich einfach auch noch eine Menge rausreißen. Aber das habe ich mir nicht so hart vorgestellt. Es gibt schon sehr emotionale Momente, gerade wenn halt ein Tag, ich hatte mal einen Tag, da hatte ich einen Tagesumsatz von sieben Euro. Da gehe ich dann mit einem hängenden Gesicht nach Hause. Klar. Und das heißt also, wenn du jetzt hart meinst, bedeutet das wirklich, dass du wirtschaftlich davon leben kannst? Ganz genau. Okay. Und gibt es aber Sachen, die dich immer wieder positiv stimmen, wo du sagst, darauf kann ich immer wieder aufbauen und die dich hoffnungsvoll machen? Ja, absolut meine Kunden. Das ist wirklich, ich habe feste Stammkunden. Ich habe jetzt auch angefangen, Workshops anzubieten. Und bastle jeden Samstag mit den Kindern. Und da habe ich schon Stammkinder. Und ich habe Anfragen, bekomme ich, ob ich nicht Kindergeburtstage auch ausrichten könnte in Molly Roger. Und das sind natürlich einfach Momente, die machen mich total glücklich. Und vor allem, dass jetzt auch immer mehr Erwachsene halt in meinen Laden reinkommen. Weil ganz oft haben Leute gedacht, der Laden ist von außen ganz bunt. Also kann es nur ein Kinderladen sein. Und es kommen immer mehr in den Laden, die halt erwachsen sind und auch Erwachsene Produkte kaufen wollen bei mir. Und das finde ich toll. Cool. Und wenn sich jetzt gerade jemand selbstständig machen möchte, was würdest du dieser Person mit an die Hand geben wollen? Dass man Durchhaltungsvermögen braucht. Und dass man nicht aufgeben soll. Also ich weiß noch, die ersten Reaktionen von Leuten waren sehr verhalten. Weil alle wissen, Einzelhandel funktioniert halt nicht mehr gut. Und ich habe immer gedacht, aber ihr wisst nicht, wie ich das angehe. Mit was für einem Herzglut ich das Ganze mache. Und was ich alles vorhabe. Und das war schon ziemlich schwer, dagegen emotional anzugehen. Und dieses Nicht-Aufgeben, ich glaube, das ist einfach was, das muss man ganz lange in seinem Herzen mit sich mittragen. Das kann ich nur bestätigen. Ja. Ganz herzlichen Dank, Merit. Und weiterhin viel Erfolg. Sehr gerne.